Wir sind gerade am üben, hört man ja. Und zwar, wir machen es heute mal rückwärts. Wir beschäftigen uns mal, mancher würde sagen Steckbriefaufgabe, wir beschäftigen uns mal mit diesem Graphen. Dieser Graph, der heißt meinetwegen f von x und wir wollen die Funktionsgleichung ermitteln. Jetzt ist das aber so blöd, jetzt sehen wir nur hier, hatten wir gerade vorhin geübt, da habe ich aber nicht so schön gemalt. Hier sehen wir x0 und x0 war minus 1,5. Das heißt also an Erkenntnissen haben wir nur das. Wie kommt man jetzt aber trotzdem dahin, den Funktionsgrafen zu bestimmen? Ja, den ersten Punkt, den kann man ganz leicht sehen. Warte mal, hier, das ist der. Den kann ich also hier hinten sofort hinschreiben, nehme ich mein absolutes Glied, das heißt, an einem Stift. Heißt, plus 1. Bis dahin waren wir uns sofort einig. Jetzt kam aber eine kleine Schwierigkeit und zwar, was macht man mit diesem Punkt? x0 ist schön, ja. Jetzt, glaube ich, sieht das aber jeder, dass wir hier ein Steigungsdreieck haben. Und das ist erlaubt. Man muss nicht von hier irgendwie hochgehen, sondern man geht immer von sicheren Punkten aus. Und der sichere Punkt heißt hier minus 1,5. Dann können wir also sagen, wir gehen erstmal 1,5 nach rechts. Grundsätzlich nach rechts gehen beim x. Und kommen von da aus genau einen nach oben. So, naja, jetzt ist das nicht mehr so schlimm. Jetzt heißt unsere Gleichung f von x ist 1,1,5. Das erweitern wir mal, da sagen wir mal zwei Drittel dazu. Also f von x ist gleich zwei Drittel x plus 1. So kommt man auch dahin. Das ist egal. Ich kann so ein Steigungsdreieck auch von der 1 loslegen. Machen wir das mal von der 1. Also, probieren wir es mal. Wenn wir das erweitert haben, müssten wir ja bei 1,2,3 nach rechts gehen und weiter oben. Wenn wir zwei Schritte, ja, passt sogar ziemlich gut. Ich habe einigermaßen gemalt. Dieses Dreieck ist dem anderen ähnlich, sagt man dazu, weil die nämlich gleiche Winkelverhältnisse haben. Die haben gleich einen rechten Winkel und die anderen sind auch gleich. Für die neunten geschnittene Parallelen nebenbei. Strahlensatz. Aber das ist jetzt eine andere Sache. So, üben wir das Ganze nochmal an einem anderen Graphen. Ich werde den jetzt schnell erstmal hinmalen, mache aber eine Pause dafür. Also, weiter. Wir haben hier ein anderes Beispiel uns vorgenommen. Ich hatte vorhin noch die Graphen zu bezeichnen und vergessen. Und zwar haben wir hier einen blauen Graphen, hier im Beispiel 2. Der hat hier bei 5 schneidet er die y-Achse und bei 7 schneidet er die x-Achse. f von x ist zu ermitteln. Ich mache in der Zeit wieder Pause. Ja, war eigentlich leicht. Minus 5 siebentel x plus 5 heißt unsere f von x. Warum? Weil wir hier ideal des Steigungsdreiecks sehen. Wir gehen 7 nach rechts und landen 5 weiter tiefer. Lässt sich leicht ablesen. Die 5 auch. Also, das war eigentlich einfach. So kommt man auch ran. Man hat x 0 durch ausgegeben und kann dann bei y 0, kann man dann weitermachen. Gut, noch ein Beispiel. Jetzt wird es ein bisschen verrückter. Jetzt haben wir nur zwei Punkte gegeben von dem Graphen. Das wird praktisch eine Art Rätsel. Und zwar der erste Punkt nennen wir den p und den anderen nennen wir dann q. Der erste Punkt hat folgende Koordinaten. Eins nach rechts. Eins. Und jetzt kommt eins, zwei, drei, vier nach oben. Und das zweite Biest gehen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs nach rechts und eins, zwei, drei nach oben. Diese beiden Punkte liegen auf dem Graphen. Das heißt also hier irgendwie tralala läuft der Graph durch. Wir sehen den aber nicht genau, weil wir ja nur die beiden Punkte gegeben haben. Wir können auch nicht sagen, der hat hier ein festes y 0. Was machen wir jetzt? Ja, die Idee kam, den müssten wir irgendwie verschieben. Vielleicht würde es gehen. Ich schnappe mir mal den vorher kopierten Graphen und versuche den, das ist mein Gräfchen. Wenn ich den jetzt hier irgendwie hinschiebe, dann wird es gehen. Ich habe ihn einfach jetzt ein Stück nach unten geschoben. Sieht man? Hier dieser Punkt hat sich nach unten geschoben. Ja, aber dann ist es nicht mehr die originale Funktion. Also insofern sind wir angeschmiert. Weiter. Weitere Ideen. Ich möchte mal auf folgenden Umstand hinweisen. Beide Punkte liegen auf dem Graphen. Beide Punkte. Der und der liegen beide auf dem Graphen. Das heißt genau, auch klangend. Ja, 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 ja. So langsam kommen wir dahinter. Und zwar nochmal. Die beiden Punkte liegen auf einem Graphen, den wir noch nicht sehen können. Ich habe ihn bloß punktmäßig angedeutet. Wenn ich jetzt Folgendes sage. Wir schnappen uns mal Punkt P1 zu P1. Dann könnte man Folgendes tun. Der hat welchen y-Wert? Wie ist der y-Wert von P1? 4. 4. 4 ist gleich, das ist das Ergebnis der Funktionsvorschrift, ist gleich Tralala mal x. Und für x setze ich ein? 1. Und jetzt plus n. Das wissen wir nicht. Das ist nämlich hier unser absolutes Glied n. Und Punkt P2, das ist also Q. Nicht P1, das ist P und Q so. So, da gilt folgendes. Ich schnappe die Koordinate, nämlich 6, m. 3. 3. 3. Ist gleich Tralala mal 6 plus n. Was ist ein Tralala hier vorne? Das war x. Die 1 und die 6. Was ist ein Tralala? Das ist m. Genau. Das ist m. Jetzt habe ich hier zwei Gleichungen. Zwei Gleichungen. Blöderweise. Zwei Gleichungen und zwei Variablen. Was könnte man machen? Ja, es kamen mehrere Vorschläge. M mal 1. Da kann ich mir die 1 auch sparen. Ich schreibe das mal. Für P gilt. Also 4 ist gleich m plus n. Für Q gilt. 3 ist gleich 6m plus n. Mein Vorschlag. Was ist denn, wenn ich die mal nach n umstelle? Dann muss ich sagen, minus m. Dann heißt es 4 minus m ist gleich n. Und wenn ich die auch umstelle, dann habe ich 3 minus 6m ist gleich n. Und jetzt kann man was machen. Wunderbar. Wunderbar. Ich mache das jetzt nochmal farbig. Und zwar, die Erkenntnis war, n, dieses n und dieses n, die haben beide einen gewissen Wert. Der ist nämlich der. Beziehungsweise der. Wenn n also 4 minus m Wert ist, n aber auch gleichzeitig 3 minus 6m Wert ist, dann darf ich in diesem Fall beide Gleichungen gleichsetzen. Dann machen wir das mal. Dann sieht das wie folgt aus. 4 minus m ist gleich 3 minus 6m. Und jetzt ist die ganze Sache leicht. Hier sind mehr m also. Plus m. 4. Moment, hier kommt eine Frage. Eigentlich falsch. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich meinem eigenen Ärger erlegen. Ich muss das natürlich rückwärts schreiben. Das ist doch falsch. Minus 6m steht hier. Die sind doch viel weniger als hier. Minus m. Also, her damit. Plus 6m. Die mehreren m, auch wenn es Schulden m sind, die lassen wir da, wo sie sind. Dann steht hier 4 plus 5m. ist gleich 3, die 4 rüber, minus 4. 5m ist gleich, 3 minus 4 ist minus 1. Wir teilen durch 5. Und m ist demzufolge minus 1 Fünftel. Na, das hört sich doch schon gut an. Das müsste auch klappen. Guckt mal, der Graphenverlauf ist sehr flach. Und Minus zeigt also nach rechts unten. Das klappt. Es geht bergab. Na wunderbar, da hätten wir doch m. Wie lässt sich jetzt n errechnen? Also, recht so. Ich habe jetzt das m ausgerechnet. Hier, m ist gleich. Das habe ich. Und wenn ich das habe, dann kann ich das hier in eine von beiden Gleichungen einsetzen. Und zwar in die leichtere am besten. Und zur Probe vielleicht auch nochmal in die andere. So, weiter geht's. Das heißt also, das m schnappen wir uns jetzt. Oh, das wäre ein bisschen fett. Das m schnappen wir uns jetzt und setzen das in die p-Gleichung ein. Also, in die p-Gleichung. Weil die leichter ist. Nur deswegen setzen wir ein. 4 minus. Und jetzt kommt Minus ein Fünftel. Ist gleich n. Das heißt aber letzten Endes, das ist plus ein Fünftel. Jetzt haben wir das Ergebnis schon da. 4,2 ist gleich n. Mal gucken, ob das ungefähr hinkäme. Na ja, gut. Ein bisschen über der 4, ne? Würde sogar klappen. So schlecht skizziert sich's gar nicht. Demzufolge heißt unsere Funktionsgleichung. Also, wir haben jetzt das anhand der Skiz überprüft. Wir müssen das nicht nochmal in die zweite einsetzen. Demzufolge. Daraus folgt. F von x ist gleich. Und jetzt geht das los. Die heißt ja mx plus n. mx plus n. Und statt m schreiben wir jetzt minus ein Fünftel. Schwupp. Minus ein Fünftel. Und statt n schreiben wir dann 4,2. So. Und wie errechnen wir jetzt die Nullstellen? So, gucken wir mal. Richtig. Genauso macht man's. Wenn wir x0 ausrechnen wollen, macht man folgendes. Man sagt, der Wert, gucken wir nochmal. Der y-Wert, der ist 0. Von der Höhe her. Hier. Hier irgendwo hier hinten. Hier irgendwo kreuzt das Biest die x-Achse. Da ist aber y-mäßig nichts mehr. Da ist 0. Und genau so setzen wir in die Erkenntnis ein. 0 ist gleich minus ein Fünftel x0 plus 4,2. Und das stellt man um und dann kriegen wir das raus. Da mache ich eine Pause zu. Ganz genau so ist es. Also wir haben 0, ist der Tralala geschrieben. Und jetzt haben wir uns bloß noch um den Rest gekümmert. Das war Handwerkszeug. Bei 21 kreuzt der Graph die y-Achse. Das kann man sich vorstellen. Das ist ziemlich weit hier hinten. Und unser y0 haben wir. Also das wäre leicht. Gut, wir sind jetzt von der schwierigeren Seite herangekommen. Lass uns jetzt mal wieder ein typisches Beispiel üben, wie man auch schön dann in der Klausur weiterkommt. Und ich eröffne eine neue Seite und mache jetzt kurz Pause. So, jetzt die Übungsaufgabe für zu Hause. Danach sofort Pause-Taste drücken und selber aufschreiben. Wir haben f von x ist minus 2 Siebentel x plus 1 und g von x ist minus 1 Drittel x minus 1. Gesucht ist also die Skizze, also beide Graphen, demzufolge geschätzte yf0, yg0, man kann auch sagen y0g, y0f, die beiden Nullstellen, diese, die xf0, xg0 und den Schnittpunkt zwischen f und g. Und danach rechnerisch ermitteln und mit der Skizze vergleichen, ob das einigermaßen hinkommt. Wenn es einigermaßen hinkommt, dann habt ihr richtig gerechnet. So, Pause-Taste und los. So, nächstes Beispiel. f von x, jetzt machen wir mal ein Ding, was so ähnlich in der Arbeit rankommt. Minus 2 Siebentel x plus 1 und g von x sei dann ein Aubergine, sei 4x minus 1. Das passt eher, da merkt man schon, das ist nicht so ein schlimmer Anstieg. So, dann los, Action. Die übliche Vorgehensweise, ich zeige nochmal kurz, worauf es ankommt. Gesucht ist das hier. Wie immer, ne? Und los. Also ich habe hier Werte geschätzt, ist klar, da muss ich nichts zu sagen. Ich gehe dann an x0, die Nullstelle von f von x ran. Und, naja, 0 ist gleich, ich habe die Gleichung hingestellt und dann kam ich auf 3,5 ist x0f. Na gut, ich habe 5 geschätzt, passt. x0g, bin da reingegangen an x0g, 0 ist gleich 4x minus 1, die 1 muss rüber, also plus 1, 1 ist gleich 4x, durch 4, ein Viertel ist gleich 4x. Gucken wir mal, passt, ich habe 0,5, sind, werden also zwei Viertel, ich habe ein Viertel errechnet. Das funktioniert. Gibt es bis dahin Fragen? Soll ich kurz Pause machen? Gut. Und jetzt wurde gleich gesetzt, ich habe beide Gleichungen gleich gesetzt und der Schnittpunkt müsste demzufolge lauten, ich sage dann aber gleich nochmal was dazu, 7,5 ist ungefähr 1,5 und 13,5 ist fast 1. So ist der Schnittpunkt. Gucken wir mal kurz, ob ich richtig gerechnet habe. 7,5, also ungefähr ein Halb und ungefähr 1. Ungefähr ein Halb, naja, das war Mist, 0,8, aber das reicht aus. Ich liege im richtigen, ich habe auch die Vorzeichen richtig. Was ist jetzt hier passiert? Ich habe gleich gesetzt und habe auf einen Schlag gesagt, mich stört das sowieso, minus 2,7x ist weniger als 4x, ist klar, also plus 2,7x. Und die 1 hier, minus 1, die stört mich eh, also plus 1. Das heißt, hier drüben entsteht ein 2 und hier steht 4,2. Das ist aber ein hässlicher Bruch, damit kann man überhaupt nicht, wie soll ich denn das wegkriegen? Also habe ich das umgewandelt hier, ich schreibe das mal anders daneben, ich habe gesagt, 4,2,7, 4,7, äh, 4 Ganze haben 28,7. 4 mal 7 ist 28. 28,7 und 2 dazu sind 30,7x, hätte ich auch gleich hinschreiben können. Aber so ist es deutlicher geworden, ne? Und jetzt mal 7,30, dann wird die Sache klar gekürzt, 7,15. Und die 7,15, die habe ich dann hier eingesetzt, aber hier habe ich einen kleinen Vertauschungstrick genommen. Ich habe gesagt, okay, plus ein ganzes, oder ich kann auch sagen, plus 15,15. Eine Aufgabe ist leichter zu lösen, wenn ich sage, von einem positiven ziehe ich was Negatives ab. Das Negative sind die 2,15, durchkürzen hier. 2,15. Also habe ich gesagt, 15,15 minus 2,15 und fertig. Moment. Also diesen Komplex hier, den muss ich nochmal schnell erläutern. Ich schreibe es nochmal anders auf. Und zwar Ys, ich habe diese erste Gleichung genommen, ist minus 2,7. Mal, was ich rausbekommen habe, 7,15. So, plus 1. Jetzt kürze ich zuerst. Bis dahin klar. Das war aber, ich habe keine Summe gekürzt, das war ein Produkt. Das heißt, etwas sauberer, ausführlicher geschrieben, heißt das minus 2,15. Und hieraus mache ich plus 15,15. Das sind 13,15.